Hallo meine lieben Zuschauer auf YouTube, hier ist er wieder euer TORK. Mit dabei habe ich das ganz richtig coole Fußballspiel Bundesliga-Manager Hattrick aus den guten alten Amiga-Zeiten. Und ich muss mal gucken, ob das jetzt hier so funktioniert, wie ich das will. Ja, an Schwierigkeiten machen wir ein bisschen weniger. Weltkarte lassen wir weg. Ich will nur Bundesliga spielen, beziehungsweise Champions League oder sowas. Jetzt können wir hier Manager-Name eingeben. Jörg Klopsch, so heiß ich. Ja, genau. Ich kann auch TORK reinschreiben, aber das ist ein bisschen doof. Dann nehmen wir den als Vereinnehmern. Natürlich, wie ihr hier seht, Eintracht Frankfurt. Verein Stärke, oberes Drittel. Startliga-Bundesliga. Okay. Ich nehme den anderen. Ja, der gefällt mir besser. So, sind alle Angaben richtig? Jawohl. Jetzt wird noch DFB-Pokal ausgelost. Und ich spiele gegen Wacker Burghausen. Dazu muss ich jetzt sagen, dieses Spiel ist eigentlich schon aus 1994. Aber, jetzt kommt das große Aber. Die Spieler- und Vereinsnamen und Logos und Wappen sind alle auf dem neuesten Stand. Also, ihr seht auch hier, Kalender Samstag, 1. Juli 2022. Das ist also, ja, die aktuelle Saison. Also, 22, 23, ne? Müsste das eigentlich so sein. Egal. Gut. Dann machen wir hier mal Werbung. Nitro. RTL Nitro. Seht ihr, das sind auch die originalen Namen, ne? Mal annehmen. Trikotwerbung. Adidas. Jawohl. So. Rewe als Bandenwerbung. Sky. SAP. Volkswagen. Okay, nehmen wir auch noch. Tipico. Und das war's. Mehr sind noch nicht da. So, und ich habe ja schon gesagt, dass die Spielernamen alle originalgetreu sind von der neuesten Saison. Kann ich euch hier mal zeigen. Aufstellung. Da ist er, Ramatsch, im Tor. Knauf, Rode, Jakic, Dina, Borre. Schön groß an meinem Vater, der jetzt wahrscheinlich zugucken wird und denkt, wow, Mensch, der Jörg, der kennt die ganzen Namen von Eintracht Frankfurt. Mein Vater ist nämlich ein echter Eintracht-Fan. Ja, genau so wie ich. Ich habe jetzt ein bisschen Eintracht und Fußball ein bisschen zurückgestellt, aber mein Vater ist immer noch im Nachbarhaus in der Fußballhütte. Da gucken die immer zusammen die Eintracht Frankfurt Spiele an und das freut mich. Ich finde es super, dass mein Vater sich da so reinversetzen kann. Und ich spiele heute auch da, da. Eintracht Frankfurt, Logo auf dem Trikot. Und das ist, äh, da gab es noch Tetrapack-Werbung. Ja, cool, ne? So, aber jetzt machen wir mal hier mal weiter. Wir haben 5,8 Millionen. Und drücken wir mal auf weiter. Sieger, DFL, Supercup, FC Bayern München. Wer hätte es gedacht? So, es gibt neue Werbeangebote. Alles klar, gucken wir gleich mal nach. Netto. Nehmen wir an. Rewe nochmal. 1 und 1. Sky 2 Stück. Typico 1 für 15. Okay, nehmen wir auch noch an. Sehr schön. Geben wir nochmal eine Aufstellung. Spielfeld. Diese Aufstellung gefällt mir besser. Alles klar. So, Bundesliga, erster Spieltag. RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt. Papa, du wirst nicht glauben. Ich spiele gegen die Leipziger. Ja. Man will, wer gewinnen wird. Schauen wir uns das Spiel mal an. Red Bull Arena. 36.000 Zuschauer. Warum auch immer, ist kein Sound da. Aber das macht nichts. Den lassen wir einfach mal weg. Den Sound. Dafür hört er mich. Ja, auch wieder gut. Können wir mich umso besser hören, wenn keine Musik und kein Gejubel da ist. RB Leipzig. Oh, 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 oh. So, 0, 0 ging das aus. Wir sind auf Platz 11 angelangt. Und wir starten. Wir starten auf Platz 11. Das geht noch besser. Jörg Klopsch. PA, was heißt PA? Keine Ahnung. Ihr Spieler Tutar fällt leider aus. Der Grundkapselriss. Muss sehen jetzt irgendwie Taktik ändern. So, und noch ein paar wichtige Häkchen dran. Geht nicht. Warum? Warum können wir hier keine Häkchen? Ah, hier kann man. Und drei Ausrufezeichen. Oh, jetzt. Nächster Spieltag. Eintrag Frankfurt gegen FC Bayern München. Moment, das geht ja los hier. Papa, ich spiele gegen Bayern München. Was sagst du dazu? Mal gucken, wer jetzt gewinnt. Achtung. Schiedsrichter Braun. Oh, ich dachte schon, da wären wir drin gewesen. Die haben schon zwei Chancen. Wir noch keine. Und? Ei, schade. Ich grüße jetzt hier auch an dieser Stelle die Sina Laura, die Britta, die Rosi, den Jens. Und, liebe Freunde, der Jens Dickel, ja, ist auch auf YouTube. Schaut doch mal beim vorbei. Ich mache Jens seinen Kanal, YouTube-Kanal, mache ich in die Videobeschreibung rein. Und auch da, wo ihr dieses coole Spiel, was ich eben gerade spiele, Bundesliga-Manager-Headrick, wo ihr das kostenlos herbekommt, alles kommt in die Videobeschreibung. Und wenn wir schon dabei sind, Amiga, ja, Amiga spielt, ich habe ein Forum, amigaportal.de. Kann ich euch nur empfehlen. Das macht richtig Spaß, mit Amiga-Fans sich zu unterhalten, zu schreiben, wozu auch immer ein Forum da ist. So, jetzt haben wir hier einen Smolchic, habe ich bestimmt falsch ausgesprochen, gegen Lenz. Ah, nicht gegen, ausgetauscht, weil der nämlich krank war. Oder verletzt. Krank war, alles klar, Torque. Oh, nee. Bayern München mit 2-0 schon, mit einem Elfmeter. Hat es doch nichts gebracht, weil ich das Eintracht-Trikot anhabe. Oder? Komm. Oh! Ah, das schaffe ich nicht mehr. Genau, 2-1 verloren. So, abgestiegen von Elfen auf den 13. Platz. Bayern München ist 2-0 da. Erster ist Köln. Ich gucke nochmal, Tabelle, wer bei den Bayern spielt. Der Neuer ist nur auf der Auswechselbank. Sommer ist Stamm-Torwart. Hier, aus irgendeinem Grund. Sahne gibt es ja, oder Sané, keine Ahnung. Wanner. T. Müller. Wer kennt ihn nicht? T. Müller, ne? Geil, ich liebe das, Spiele zu spielen aus alten Zeiten mit den neuesten Datensätzen. Also, das ist schon eine coole Sache, ne? BMH. So, Eintracht-Franck gegen Augsburg. Nächster Spieltag. Ah, ich hätte doch ein bisschen Sound dabei. Das stört mich. Das, ja. Anyway. Achso, ich bin auch übrigens auf Twitch vertreten, ne? Solltet ihr auch auf Twitch sein. Schaut doch mal beim TORC Live vorbei. TORC unterstrich live, genau wie hier auf YouTube. Und schaut mir beim Livestream zu. Das würde mich sehr freuen. Und 1-0. Eintracht-Franck von Fürth. 1-0. Oh, oh. Schafft man das? Ja! 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 Da haben wir gewonnen gegen Augsburg. Und sind vor 13. auf den 9. vorgestoßen. Jetzt kommt DFB-Pokal. Und ich tippe jetzt einfach mal. Und zwar, äh, hier. Ich gucke mir an, wie, äh, wie die Stärken sind. Und dementsprechend, wie die Stärken sind. Deswegen, äh, lasse ich den dann gewinnen. Oder nicht? So. Das Spiel nehmen wir noch mit. Und dann schauen wir mal, ob ich vielleicht, jetzt hier unten, 400.000, okay. Alles klar. Und DFB-Pokal, wir kommen. Und das fängt schon gut an. Oh, 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 oh. Das war nicht geplant, Leute. Wacker. Hey, Wacker Burghausen. So geht das nicht. Jetzt kommt Tor. Aufkommen. Ah, schade. Oh, Verlängerung. Leute. Da steht rechts unten Ende. Aber es geht noch weiter. Und nur vier Richtige beim Toto. Toto-Tipp, genau. Leider nur vier Richtige. Aber es hätte ja sein können, dass ich gewinne. Naja. Anyway. Okay, ich freue mich sehr, dass ihr bis hierher geschaut habt. Jens, auch für dich. Ich mache nochmal Werbung. Jens Dickel auf YouTube. Kann ich nur empfehlen. Einfach mal ein Abo dalassen bei ihm. Und, ähm, ja. Wie sagt ihr immer so schön? Ich wünsche euch viel Spaß bei den Dingen, die ihr macht. Okay. Lasst dem Video doch einen Daumen hoch. Ein Kommi. Und ein Abo da. Das wäre mega nice. Vielen, vielen Dank für euren Support. Kuss geht raus an euch. Und, ähm, ja. Ich würde sagen, ich bin jetzt für dieses Video mal weg. Das Trikot, das Eintracht-Trikot hat mir leider kein, äh, Glück gebracht hier bei dem Spiel bei Bundesliga-Manager-Trick. Aber egal. Okay. Und vielleicht sehen wir uns ja auf dem Amiga-Portal.de. Ja. Jetzt habe ich so viel Zeug, dumm Zeug gebabbelt. Das ist hessisch. Gebabbelt. Und, ähm, ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Der Torx spielt ein Computerspiel. Also, macht's gut, meine lieben Freunde. Tschüssi. Und...